Hallo liebe SWN-Freunde, heute bin ich beim Jan, am Jansplatz oben und wollten einen Radler trinken. Da sagt die doch gleich zu mir, Radler haben sie können, wir sind ausgegangen. Ja Leute, früher haben wir unseren Radler selber zusammen gemixt. Jeder weiß doch in Bayern, wie ein Radler gemacht wird, oder Renate? Ja, auf jeden Fall. Ein wenig leicht genervt waren sie heute schon, da haben wir schon ein wenig angestengert. Guter Service geht anders. Der Service war nicht so gut heute. Guter Service geht anders.